Wir sind hier mal wieder nach einem Monat am Start. Ja, tut uns auf jeden Fall sehr, sehr leid. Und wie ihr den Titel schon lesen könnt, wir sind wieder da. Ja, wir hatten halt viel Stress und deswegen erklären wir auch ein bisschen kurz. Also Leute, in der nächsten Zeit werden auf jeden Fall mehr Videos kommen, weil Ferien sind. Wenn ihr auch Ferien habt, schreibt sie in die Kommentare. Und ja. Ihr seht, wir sind hier an einer geilen Location, Alter. Mega, da haben wir mal den einen Kurzfilm gedreht. Der nie online kam. Und der nie online kam und sie war noch alles freier, alles zugewachsen, richtig krank. Und dann zeig ich noch kurz ein paar Wörter. Ja, und Leute, also wir werden jetzt wieder auf jeden Fall aktiver sein. Ja, scheiß Rund. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten halt nicht so viel Zeit, auch wegen Schule und so. Ja. Was ist das? Wir hatten einfach gar nicht viel Zeit. Und ja, jetzt laufen wir noch ein bisschen rum. Und dieses Video wird auch nicht allzu lang gehen. Weil wir das halt bloß kurz wieder so in den Dinger Hüschersklappern auch. Ja, irgendwie schon. Ich bin mega. Ja, wir laufen schon ein bisschen durch Wald, machen noch eine geile Location. Und dann auf jeden Fall hier unser Insta-Account hier nochmal eingebendet. Okay, das Klappung ist weg. Das Klappung kommt wieder. Verspendet? Nein, Alter. Tegel. Leute, wir sind jetzt im Tiefe im Wald und Lars ist gerade hinter mir. Ähm, wir gehen nochmal weiter. Und ja, wir sind jetzt in seinem Zimmer angekommen. Ähm, wir schneiden hier noch gerade ein paar Videos. Ja, gleich. Äh, und ähm, ja, das war auf jeden Fall das Information-Video. Wir drehen halt auch noch mehr Videos. Und ja, unser Instagram ist hier nochmal eingewendet. Und ich sage bis zum nächsten Video. Haha.